So, jetzt nehmen wir uns mal, Mitte der Woche, den Rumpf vor. Zuerst bleiben wir es. Ich gehe hier quasi in den Liegestütz. Und dann dynamisch immer ein Bein nach vorne setzen. Wenn möglich, je nachdem die Gelenke hier sein, immer den Fuß neben die Hand aufsetzen. Dann macht ihr so 10-20 Stück, je nach Leistungslevel, dann geht ihr nach hinten und Knie anziehen. Immer diagonal zum anderen Elfrohr. Wenn ihr da so 10-20 Stück weg habt, wieder Kleinwurst. Okay, aber schön den Rumpf drinnen. Wenn es nach einer Kombi-Runde, also nach Kleinwurst und Knie anziehen, eine Pause benötigt, dann macht er die 30-60 Sekunden und dann macht er eine. Und ich denke so 10 Durchgängere sind, davon sind auf jeden Fall dann vielleicht sogar 20. Viel Spaß, bis gleich.